hey freunde ich bin hier in skellige und wenn wir auf der weltkarte gucken ziemlich weit oben auf dem höchsten berg so wie es aussieht hier auf dieser insel ihr könnt ja mal eben gucken skellige und die insel ist ziemlich weit rechts also rechts unten nein links unten entschuldigung auch nicht schlicht auf jeden fall es dauert eine weile bis man hochkackseln kann aber dafür hat man ein cooles feature von gerait und zwar kann man hier quasi snowboard runter heizen total genial und er tut sich dabei gar nichts sieht gut aus oder ich habe es probiert noch höher zu kommen funktioniert jetzt nicht aber vielleicht schafft es ein anderer von euch macht's gut euer ständig ja der gerait der kann sogar wo sie da unten ist ein riese der kann sogar stanz während er es leidet geht natürlich nicht ganz so gut aus aber sieht gut aus ja und ich fand es eigentlich ganz gut tschau tschau